So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dishonored Ja, den Scheinwerfer da drüben müssen wir ausschalten Mal schauen, wer sich da alles in den Weg stellt Wir sind so weit weg, dass die uns gar nicht sehen Alter Okay Was auch immer das war What the fuck Ernsthaft, was war das? Das ist auf jeden Fall so eine Art Falle Da komme ich nicht lang Das heißt, ich muss diese Falle irgendwie in irgendeiner Form ausstellen So Haben wir zwei Wachen Interessant, interessant Ah, ich bewege mich mal Stock weg für Stock weg weiter runter Was? Ach, das Teil sieht einen ja wirklich überall Ach, ist das ein Scheißdreck Ich check nicht, wie das funktioniert Ich check wirklich gerade nicht, wie das Teil, nach welchen Kriterien es einen denn angreift Okay Wie schaut's aus, wenn ich mich da hin begebe? So Jetzt sind wir hinter das Teil gekommen Äh Könnte alles sehr schwierig werden Obwohl Ich hindere mich ja niemand dran, einfach mal vorbeizuschleichen So zum Beispiel Okay Viele Gegner, viele Gegner, viele Gegner Äh Ne, ich hätte gerne Nachtsicht Genau Benutze ich hier schon meine Armbrust? Ne Nicht, wenn es sich vermeiden lässt Okay Bei mir ist einer Muss ich Was denn hier lang Beziehungsweise wo muss ich denn lang Alter So Da kommt gerade eine angelatscht Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Ungesehen ausschalten kann Bevor er mich sieht Aber ich glaube, er wird mich sehen So Komm, 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 komm So Das hat schon mal ganz gut funktioniert Aber wo ist denn der andere hin? Da war doch noch einer, gell? Der gammelt da rum Okay Ich vermute aber, dass der mir egal sein kann Das ist eine andere Frage Hier liegt eine Rune, oder? Äh Ach, das war noch die eine Rune, die ich nicht bekommen konnte Okay Vielleicht muss ich da oben lang Das heißt Den Kerl muss ich In einer Form ausschalten So lange der mir den Rücken zudreht Das hat mal funktioniert Wir schießen da rum Der Ballert nicht auf mich Würde mich aber wundern Zumindest wie der mich auf der Distanz entdeckt haben möchte Hm Dem Kerl bin ich, glaube ich, egal So Weiter geht's im Programm Pitchertafel F-Money Ach, gegen, gegen Ah, Gott Das ist doof Weil Im Zweifel kann es sein, dass ich Leute töte Ich dachte, ich deaktiviere das Teil nur Damit Hm Das könnte für meine Art zu spielen Ein bisschen problematisch werden Aber jetzt hoffe ich mal, dass da keiner durchlauf Äh, durchläuft 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 Läuft, ja Äh Tür, Zug, Zug, Brückensteuerung Benutze ich die Tür oder benutze ich das Seil Benutze ausnahmsweise mal die Tür Ich bilde mir immer ein, dass wenn man den Weg benutzt, der am offensichtlichsten ist Dass man da eher nicht erwartet wird Weil keiner damit rechnet, dass man durch den Haupteingang kommt Das ist natürlich kompletter Schwachsinn Aber Ich rede mir das gerne ein Okay, der geht noch weiter hoch Zweifel brauch Ich für den Kerl Ähm Gott, wie heißt es Ein Pfeil Ja, ja Ich glaube, das wird sonst nichts Macht aber auch, ehrlich gesagt, nichts einzu benutzen Es sei denn Es lässt sich auch alles so lösen So einfach war's So, dann ist in der Ecke So, weiter Nachtsicht Ich schätze mal bis ganz nach oben Muss ich, oder? Nee Muss ich gar nicht So, das war jetzt zwar einigermaßen offensichtlich Aber erlaubt mir auch weiterzukommen Ich weiß, dass du hier bist Ja, ich weiß auch, dass ich hier bin Ja, wo es da ist Ich werde dich finden, du Hexenfisch Hexenfisch? Nee, das bin ich nicht Da verwechselst du mich aber, Sportsfreund Kannst mich nicht mehr lange verstecken Ich kann's aber gerne versuchen Ha, hier oben ist kein Schwein Okay So Jetzt bin ich doch eigentlich schon da Da muss ich hin Die unzerstärbare Tür, die einfach zu öffnen war War das jetzt die Aufgabe? Habe ich erfüllt, oder? Ich finde, wir tritt zur Autokoswohnung. Okay. Da unten sind die Typen, die interessieren mich aber nicht. So. Da unten ist die Solokoswohnung. Jetzt ist die Frage, ist da nochmal so eine Falle? Ich glaube nicht. Aha. Komme ich irgendwie anders vorwärts? Jetzt bin ich ja schon mal gut hier an allen vorbeigekommen. Das ist nur die Frage. Komme ich da hin? Ja, geil. Nice. So, komme ich da hoch? Nee, 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 nee. Das wird nix. Das wird nix, Jungs. Das wird nix. Das kann aber... Moment, da kann ich rüber. Und da sind wir auch schon bei Solokows Haus. Das ging doch wirklich gut, muss ich sagen. viel besser als erwartet. Das lass aber mal sehen. Das ist nice. Eine kleine Notiz. Notiz zur Musik des Aufsehers. Gestern ging ein Aufseher in einer Straße ganz in der Nähe vorbei und spielte die seltsame Musik des Ordens. Während er die Kurbel seiner Spieluhr drehte, blieb sein Gesicht unter seiner Maske verborgen. Doch ich konnte hören, wie er Verso aus den heiligen Texten murmelte. Furcht übermannte mich. Ist es doch verboten, Knochenartefakte und ähnliche Glücksbringer mit sich zu führen. Die Aufseher erkenne in diesem Hinsicht kein Pardon. Meine Hand krampfte sich um das Artefakt in meiner Tasche und spürte seine Wärme, während ich mit Gesenkenhaupt weiterging. Der Aufseher ging in Richtung der Wohnung des kaiserlichen Arztes, diesem zauseligen Sockellopf, als etwas Seltsames geschah. Ich konnte schwören, dass das Artefakt in meiner Hand auf die Musik des Aufsehers reagierte und erkaltete, wie eine innere Vibration, die mit einem Mal aufhörte. Ich habe ein Buch gefunden, das möglicherweise damit zu tun hat und werde es studieren, damit ich vielleicht verstehen kann, was passiert. Ist das dieses Buch? Ja, scheint so die alte Musik. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Eine alte Musik, die alles Fundamentales gesetzte Struktur durchdringt. Mit ihr kann man Wunder verbringen, ohne die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, besitzt diese Noten erstaunliche Auswirkungen. Eine besonders wichtige ist, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, das wir als Werk des Outsiders ansehen. Eine 17 Noten umfassende Tonleiter. Das ist nicht wenig. Ich spiele zwar Gitarre. Wie viele Noten hat eine normale Tonleiter? Moment. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Das lässt mich gerade nicht los. C, D, E, F, G, A, H, 7. Und Halbtöne gibt es auch noch. Und überhaupt. Aber sieben Töne hat, glaube ich, die normale Tonleiter. Und hier haben sie 17. Aber da verlässt mich eigentlich auch schon mein weiteres Wissen über Tonleitern. Wie gesagt, ich spiele zwar Gitarre, aber... So, mit der ganzen Theorie weiß ich auch nicht zu 100% Bescheid. Jupp, wenn irgendjemand Bescheid weiß, wie das läuft und wie das mit 17 Tönen funktioniert in der Tonleiter, kann er das gerne schreiben. Würde mich mal interessieren. So. Schauen wir uns nochmal um, ob ich sonst noch irgendwas finde. Artefakt-mäßig, aber ich glaube... Hier. Knochen-Artefakt. Okay. Ähm, wie schaut es eigentlich aus? Ich habe jetzt drei, oder? Wenn ich mich nicht sehr täusche. Ah, ich habe fünf Runen. Okay. Äh, Beherrschung muss ich, glaube ich, nicht mehr erweitern. Blutdurst. Beweglichkeit. Äh, ich glaube, das mache ich. Ja, bitte. Jetzt kann ich höher springen. Und ab Stufe 2, schneller rennen. Gesamte Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich. So, was ist denn mit teleportieren? Kann ich das auch mal irgendwann wieder erweitern? Oder was ist das mit Beweglichkeit? Gesamte... Oh, das gefällt mir. Das mache ich. Ne, Moment. Schattenangriff. Ne. Ne, genau. Das wollte ich eben nicht machen. So. Ich schaue mir das nur gerade an. In der zweiten Stufe hört sich die Sprintgeschwindigkeit. Die ist dir erlaubt, schneller an einen ahnungslosen Gegner zu gelangen und ihn auszuschalten. Oder schneller davon zu laufen. Auch die Kletter- und Schwimmgeschwindigkeiten sind erhöht. Da habe ich mal genau richtig investiert. Glaube ich zumindest. So, das Sorokos Haus. Problem ist, dass wir da ein Lichtschild davor haben. Das ich wahrscheinlich erstmal ausschalten muss. Und das wird dann hier gemacht. Oh, leider. Mindestens ein Gegner laut. So, jetzt warte ich, bis der Kerl da ist. Dann stehe ich mich von hinten an und mache ihn von hinten fertig. Hm. Kommt leider nicht hoch. Egal. Dann platziere ich dich eben hier und hoffe, dass dich niemand zieht. Ja, okay. Genau. Unterm Tisch, bitte. So, wenn ich diesen Schalter benutze, sollte, hoffe ich zumindest, das Schild ausgehen. Ne, hat nicht funktioniert. Hat irgendwas anderes ausgemacht, aber nicht das, was ich wollte. Was hat das Ding denn ausgemacht? Oh, da muss ich da hin. Ich vermute, dass ich hier hin muss. Ne, doch nicht. Hä? Was muss ich denn tun? Ne, da muss ich nicht hin. Okay. Ich hoffe, hier werde ich nicht gesehen. So, jetzt sollte das Lichtschild aber tatsächlich aus sein. Ja, schaut gut aus. Teleportiere ich mich erst mal hier hoch. Okay. Teleportiere mich, wenn es denn gehen würde, da rüber. Kann ich da mal hin? Ja, da wollte ich hin. Oh Gott, bitte komm hier nicht her. Okay, tut's nicht. Sehr schön. Und rein ins Haus. Ah, ich bin immer noch nicht drin. Ich dachte, ich wäre jetzt schon im Haus. Okay, Coltwindbrücke. So, jetzt ist es aber wirklich nicht mehr weit. Kann ich da irgendwie hoch? Oh, jetzt... Oh, was haben wir denn hier oben? Bevor ich jetzt irgendwas mache, Nachtsicht an. Schaut zumindest auf kurzer Strecke gut aus. Was sagt mein Herz mir? Mein Herz sagt mir, dass ein Knochen-Artefakt über mich ist. Und ein Toter und eine Rune ist auch nicht weit weg. Und... Oh, hier gefällt's mir. Lauter Goodies liegen hier rum. Alles, was das Attentäterherz begehrt. Obwohl, ein Attentäter bin ich ja gar nicht. Ich töte ja zumindest niemanden. Zumindest war das mein Konzept. Was bin ich denn eigentlich, wenn ich kein Attentäter bin? Laufbursche wahrscheinlich. So traurig es auch ist. Moment. Oh, schön, schön, schön hier. Ähm, Moment. Das sieht doch gut aus. Der Hals da ist. Da haben wir das Knochen-Artefakt. Gut, was bringt uns denn das hier? Einmal gesunder Appetit. Nahrung bringt dir etwas mehr Gesundheit zurück. Krache, Schaden. Erleide, es steigt in Art und Erliegen wenig. Flinker Schatten. Oh, das klingt gut. Du kannst dich wahrscheinlich mal das... Schneller fortbewegen. Da hau ich mal Wirbelwind raus. Weil das bringt uns ja eigentlich gar nichts. Man schwert eh nicht benutzt. Ich muss mir mal anschauen, was ich da benutze. Genau, flinker Schatten nehmen wir. Das klingt nämlich sehr gut. So. So, 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 so. Weiter im Programm. Ein Teleport bitte hierher. Einer hierher. Oh Gott, das macht so viel Spaß. Das ist wirklich... Ist eigentlich lächerlich, weil das ja nur so ein kleiner Sprung vorwärts ist. Aber das ist fast das Geilste am Spiel. Macht richtig Bock. Ruhne, Ruhne, Ruhne. Da oben. Oh, so ein Typ da gerade rum. Balanciert. Ah, da muss ich aufpassen bei dem Kerl. Der könnte mir gefährlich werden. Ich nicht aufpasse. Also zumindest könnte er mich mal sehen, ausnahmsweise. Weil ich hier kein Höhenvorteil habe. Ja. Ja, du bist ein ziemlich nerviger Gesell. Okay, nee, 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 nee. Hier über die Kette müssen wir, so wie ich das sehe. Okay. Bei dem bleibt mir nicht viel anderes übrig, als ihn so auszuschalten. Weil ich mir sicher gewesen wäre, dass er mich gesehen hätte, wenn er sich umgedreht hatte. So. Da mir diese Ruhme sehr am Herzen liegt... Oh Gott. Immer dieser schlechte Wortwitz. Musste ich das leider in Kauf nehmen. Ah, wir sind eh schon bei Solokovs Haus. Interessant. Dann wird das wohl auch Solokovs sein, oder? So. Jetzt schau ich mir noch mal nicht aufgeregt. Entführe Solokov. Ich schätze mal... Scheint hier relativ allein zu sein, der gute Mann. Was wir uns dann in irgendeiner Formel in den Rand schleichen müssen. Jo. Sportsfreund. Da haben wir dich ja auch schon. Die Rune sack mal ein. So. Ich bringe Solokov zum Schiffer Samuel unter der Brücke in der Nähe von Solokovs Wohnung. Aha. So. Und zieht es hier aus. Nur eine Rune habe ich aktuell. Okay. Es liegen hier eigentlich lauter Schnarchnasen rum. Jetzt würde ich mir doch mal ein bisschen was durchlesen. Solokovs Formel haben wir gefunden. Das ist sehr wichtig. Und Lieutenant Niles Bericht. Wie gewünscht bekommen sie hiermit eine Probe des Elixiers, das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. Und von dem wir annehmen, dass es in einer der verschiedenen Destillerien gebraut wird. Zweifellos nicht so wirksam wie ihre Formel oder gar Pierros Arznei. Aber die Leute sind verzweifelt. Wir konnten die weiteren Zutaten nicht identifizieren. Vielleicht haben sie mehr Glück. Was noch von Interesse sein könnte. Einige Männer der Wache haben auf wiederholte Nachfrage zugegeben, dieses Zeug gekauft und getrunken zu haben. Weil es günstiger als die beiden bekannten Marken ist. Keine von ihnen klagt über Übelkeit oder Nebenwirkung. Es mag zwar nicht vor der Seuche schützen, aber immerhin scheint es nicht schädlich zu sein. Lieutenant Christopher Niles. Zweiter. Felsapotheken-Einsatzkommando. Stadtwache Dunwall. Ja, ich glaube, dass der gute Solokoff hier mal ein bisschen Rufmord betrieben hat, um gegen Piero Stimmung zu machen. Tja, gebracht hat es ihm nichts. Oh, das schaut schön aus. Ja, und wie ich dann hier rauskomme, das seht ihr in der nächsten Episode von Let's Play Dishonored. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.